Tally Ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing auf diesem Kanal. Hallo! Und heute geht es weiter mit Demon Slayer und zwar nur das zweite Volume. Da die Special Edition ja bislang noch immer nicht in Deutschland nachgereicht wurde. Die sollte in ein bis zwei Wochen aber hoffentlich erscheinen. Und sobald sie das tut, schauen wir sie uns hier gemeinsam an. Aber jetzt erstmal weg mit der Folie. Und man sieht, FSK Sticker ist hier jetzt wieder aufgebracht. Aber das sollte gut abzulösen sein. Keine Kleberückstände. Ich denke, das sieht man auch so gut genug. Okay, dann jetzt nochmal hier auch glänzende Verpackung. Seite ebenfalls. Alles schön einheitlich glänzend gehalten. Jetzt haben wir den Fokus verloren. Die Folgen 8 bis 13 finden wir dann hier ebenfalls wieder mit Clean Opening, Ending und Trailern. Leider diesmal kein Audio-Kommentar auf der Disc im Vergleich zum ersten Volume. Und dann schauen wir doch einfach mal rein, wie das Innere der Box aufgemacht ist. Da haben wir ein schönes Artwork. Allerdings die Begegnung erfolgt ja schon auf dem letzten Volume. Und ebenfalls sehen wir hier wieder das Schachbrett, die Karierte Muster. Auch hier drunter jetzt weiterhin alles schön schlicht gehalten. Und Nesco entspricht auch ziemlich dem Stil des ersten Volumes. Hier nochmal das Bild als komplettes. Und... Es gab noch etwas dazu. Und zwar ist es bei Peppermint ja oft genug, ich hol's grad mal raus, dass unter den ersten paar Bestellern es ein kleines Goodie geht. Hier war es unter den ersten 250 Bestellern ein Pin von Tomi Okagyu. Also von der... Darf ich schon sagen, was er ist? Von der Wassersäule aktuell. Ein kleiner Pin. Also... Du hast deinen Fokus. Geo verliert den Fokus. Das darf nicht sein. So, jetzt aber. Der Fokus möchte wirklich nicht. Also wie gesagt, hinten schön schwarz. Als kleines extra noch mal dazu. Auf jeden Fall sehr schön. Äh, man muss noch was zum Release sagen. Technisch gesehen sind wir sogar vor dem Release heute mit dem... Wir haben den 25., gell? Ja, der 25. 25. September haben wir, dadurch, dass wir ja über den Akie Papas Shop bestellt haben, also Peppermints Seite, hauseigener Store, sind wir, glaube ich, eine Woche zu früh sogar, dass wir die Sachen bekommen haben. Also mit ein bisschen Glück kommt sogar bald die Collectors endlich mal an. So, und zu guter Letzt vervollständigen wir noch hier den schönen Schuber, den wir bereits im ersten Video gezeigt haben. Denn zu Tanjo kann sich jetzt endlich seine kleine Schwester dazugesellen. Das ist komplett. Und hier sehen wir, sieht alles schön einheitlich nebeneinander im Schuber aus. Also fassen wir mal zusammen. Bisher haben wir mit den ersten beiden Volumes den Schuber bekommen, ein sehr stimmiges Bild. Und diese zwei Extras konnte man im Vorfeld dazu erwerben, wenn man zu den ersten glücklichen Bestellern zählte. Erwerben? Nicht unbedingt. Die hat man dazu geschenkt bekommen. Ja. Das Schöne noch zu dem Button. Den Button gibt es laut Peppermint nicht nochmal so zu kaufen. Es gibt ja auch immer Buttons, die man käuflich erwerben kann. Der ist exklusiv für die 250 Vorbesteller des zweiten Volumes. Und gerade Giyu ist ja doch schon ein ziemlich cooler Charakter. Also, was hattet ihr davon, was wir jetzt hier in Deutschland bisher zusammen haben mit den ersten zwei Volumes? Wie fandet ihr die Synchro-Volume, wenn ihr schon eine Möglichkeit hattet, einen Blick reinzuwerfen? Und in diesem Sinne, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, habt noch einen traumhaften Tag und haut rein. Tschüss!